Hallo und herzlich willkommen zurück bei Uncharted. Ja, ich starte jetzt hier praktisch eine neue Aufnahme-Session, weil die letzte ginge doch einige Folgen lang. So, einfach fortfahren. Ja, in der letzten Folge, was ist da passiert? Wir sind da von der Stelle an, wo wir mit unserem Fallschirm runtergekommen sind. Oh ne. Ja, sind wir hier durch diese Gegend allein durchgerannt. Oh ne, sag jetzt nicht, ich muss die alle nochmal abknallen hier. Ja, was soll's. Vielleicht kriegen wir dadurch noch ein paar mehr Kills. Mit unserer AK. Was ist da los? Na, na. Oder sind die doch tot? Ne, sind sie nicht. Sind sie nicht. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade für eine Belohnung gekriegt habe, aber... Insofern das jetzt eine war. Ich weiß es nicht. Oh. Zeig dein Matschgesicht. Wollt mir doch wohl nicht erzählen, dass ihr jetzt schon im Arsch seid. Kauf ich euch nicht ab. Ah. Ja. Mehr. Okay. Du bist tot. Sollte mir ein bisschen mehr Zeit zum Zielen nehmen, hm? Ah. Na los, wo seid ihr? Da. Ich höre hier Schritte. Zack. Okay. Der ist doch erledigt da hinten, oder? Sieht so aus. Hm. So, Munition. Gut, muss ich die Stelle eben hier nochmal machen, aber was soll's. Ist ja jetzt nicht so, dass das... Äh... Eine halbe Stunde Spielzeit bei uns bespricht. So ist es ja nicht. Wow. Ein bisschen sparsam mit den Granaten umgehen. War da nicht noch einer auf der Kiste, bevor wir hier reingekommen sind? Müsste, hm? Ja. Sehr schön. So, ihr Dreck-Säue. Gehört ihr zu diesem Roman, oder nicht? Ah. Hehe. Bin ich doch schon. Oje. Mies gezielt. Uh, da hat halt einer eine Pampi. Oh, da hat bestimmt weh. Glaube ich nicht. So, noch mehr? Klingt nicht so. Hm. Wo fallen eure Waffen ständig hin, hm? Ah, Schraubflinte. Ähm, mhm, mhm. Keiner eine AK gehabt? Eine Scheiße. Na gut. Irgendwo vielleicht ein paar Schätsam rumliegen, hm? Dort hinten in der Ecke vielleicht? Äh, nee. Na schön. Dann eben nicht. Mhm. Ja, Frage ist jetzt, wo geht's hier weiter? Ich glaub nicht, dass wir das Tor eintreten können. Nee. Das hier nicht. Pflanzen hochklettern. Oder einfach nur hier raufen. Hä? Aha. Dort hinten. Hehe. Und sogar Munition. Mensch. Mit Muster dekorierter Silberring, hm? Nice. Okay. Jetzt hier rüber, nehm ich an. Äh. Okay. Hm. So, hopp. Nochmal hopp. Wow. Nicht runter, Drake. Du musst dich hier anlehnen. Was sind das denn für Geräusche? Hm. Okay. Puh. Noch ein paar mehr von euch? Ah. Klingt wieder nach weiterem Terrain. Hm. Kleine Klippe. Kein Schatz hier unten in die Ecke. Schade. Oder hier unten einer? Hm? Auch nicht. Na gut. Na gut. Na gut. Wow. Wieso wechselst du ständig? Zu Hand. Feuer. Waffe. Verdammt. Auf Distanz ist das Ding nicht so gut. Was ist der denn jetzt? Aha. Äh. Das war gar nicht so gut. Das war gar nicht so gut. Das war jetzt mal ein bisschen ungezählt. Shit. Wie geht die Muni aus? Uh. Okay. Heh. Ah. Okay. Überlebenskünstler. Warum auch immer jetzt gerade. Ich hatte keine Lust nachzusehen. Okay. Ich kriege dich, Arschloch. Okay. Ja, mit eurer Muni. Ich brauch die. Pistole. Aha, aha, aha. So, jetzt gibt's hier wieder zwei Richtungen. Hier rauf. Oder dort hinten hin. Hm? Scheint hier aber... Ne. Keine Sackgasse. Gucken wir erstmal hier den Hügel rauf. Ne. Schrot, die lass ich mal noch liegen. Aha. Okay, hier glänzt aber auch nichts. Ah. Ah, hier. Aha. Okay. Goldener Jaguar. Gut. So kann's weitergehen. Immer schön finden. Okay, da kommt er nicht rauf. Ich dachte, hier könnte man vielleicht wieder hochklettern. Aber wenn nicht, dann nicht. Okay. Okay, hier liegt noch eine Knarre rum. Eioi, ei. Eioi. Hm. Ah. Keine Ahnung, wo man jetzt genau hierher soll, aber ich schätze mal einfach nur nicht dort runterfallen. Gut. Auf geht's. Es ist aber auch immer so was, es gibt was nachgeben muss, verflucht. Ich hasse sowas. So. Da. Okay. Autsch. Okay, ich dachte, da könnte man noch rauf, aber anscheinend nicht. So, dann eben die Passage hier nochmal. So, und jetzt nicht rauf, sondern hier hinten hin. Bäh. Okay. Puh. Hopp. Och, nö. Ihr kleinen Huren. Fällt euch denn ein, hä? Braucht mir DNA. Naht. Okay. Warum muss zwei kleine Nachzügler gerade? Hopp. Ach hier, wieder hangen. Alles klar. Nein, 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 nein. Ah! Shit! Ja, 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 ja. Zum Glück ist der Checkpoint nicht immer so weit weg. Okay, schnell. Mann, ey. Aber es sind immer solche Passagen, wo was nachgibt, gehe ich am meisten drauf. Okay. Noch mehr von euch? Wo ist der nicht? Ui, 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 ui. Ich weiß nicht, ob ich die Stelle hier wirklich gut finde. Ah. Okay, er hangelt sich nicht runter, sondern will irgendwie in Deckung rennen. Wow! Vorsicht! Oh, scheiße. Oh nein. Ach, nö, nicht loslassen. Scheiße. Nicht so weit springen. Nate, was soll der Scheiße? Okay, ihr könnt ja mal die Tode zählen, die ich hier hatte. Wieso springst du so weit? Am besten gar nicht mehr springen, sondern nur runterfallen lassen. Ja, 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 ja. Runterfallen lassen, das geht problemlos. What the fuck? Okay. Ui, wen haben wir denn da? Spielverderber, hm? Vollidioten. Vollidioten. Wendet die Hupe, bitte versagen. Ach, du Scheiße. Oh, ich hab gar nicht mitgekriegt, dass das Teil gleich nachkriegt. Äh. Okay. Hopp. Mann, oh Mann. Blöde Stromschnellen hier. Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Stopp endlich da oben. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Okay. Wieder einkriegen und weiter geht's. Und hopp. Hoch da. Danke. Puh. Okay. Hier weiter. Ich guck mich immer nur so ein bisschen um, ob ich hier irgendwo was leuchten sehe, aber bis jetzt kein Glück, auch hier oben nicht. Wo ich kaum glaube, dass in dem flachen Wasser jetzt noch eine Gefahr besteht, oder? Okay, wir wollen's nicht provozieren. Okay. Hier ist wieder so eine Kiste. Dort hinten vielleicht. nicht. Nee. Okay. Munition für die Pistole. Und Granaten, die ich voll hab. Okay. Aha. bin mal gespannt, ob wir jetzt hier irgendwo Elena wiederfinden, ne? die ist ja auch mit dem Fall schon runtergekommen. Okay, hier gibt's nichts in der Ecke. Ah. Na gut. Na gut. Ah. Dort unten. Dort unten. Silbernes Inka-Gefäß. Alrighty then. Gut. Dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich jetzt einen Cut. Boah. Haufenweise Tode in der Folge. Und in der nächsten springen wir mal zu dem komischen Baumstamm dort hinten. Mal sehen, was dann so abgeht. Also, bis dahin. Tada. Ciao. 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 Ciao.